Erwischt! Hallo meine Füchse! Heute mit Wackelkamera. Ich bin nämlich auf dem Sprung. Ich weiß, eigentlich sollte ein Video zum Training mit Alpha Female kommen. Das kommt auch noch, keine Sorge. Ich habe nur erfahren, dass es demnächst noch einzeln ist und bei dem versuche ich jetzt wirklich mal ein bisschen zu filmen oder zumindest Bilder oder irgendwas zu kriegen. Dann kann ich nämlich was zeigen und sitze nicht nur hier auf der Couch rum und erzähle was und dann habt ihr auch wirklich Bilder zu sehen. Denn heute ist so unglaublich warm. Wirklich unglaublich warm. Trotzdem geht es auf ins Training. Es ist Dienstag und ich dachte so einen kleinen Zwischenvlog. Ich versuche euch nochmal mitzunehmen. Ich habe es schon mehrmals versucht und jedes Mal während dem Training absolut nichts gefilmt. Ich versuche mich zu bessern. Mal schauen, ob es heute klappt. Ansonsten ist das einfach wieder ein Video für die Tonne bzw. eine Aufnahme für die Tonne. Wer weiß. Also ich schnappe mir jetzt meine BCAAs und dann geht es los. Seht ihr den? So fühle ich mich gerade bei dem Wetter. Metall wird wie bei dem Wetter die Tonne ist. Aaaaah aaaaah aaaah Hii bicit bee Bo obsessed Booh 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 Boah Booh Musik 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 Musik